treme in mailland gehen wir da mal rein das war auch nicht gerade der beste nein nicht du aufgepasst hier so scheiß was wollt ihr alle bei mir das ist doof die dänen haben sich auch breit gemacht die schweine das sind ganz schön viele da können sie immer ein bisschen zurückziehen jetzt nehmen wir ein bisschen viele truppen wie schaut es denn hier unten aus will noch keiner raus oder ja So, jetzt gehen wir nochmal Holland. Dann kommen wir hier rüber. Wenn ich hier denn das so rausnehmen muss, ist mir auch wurscht. Ah, shit. Guck mal hier runter. Nein, nicht du. Sag mal. So. Tut was. So. Ah, ich bin dann general tot. Verdammt. Was? Ach so. Jetzt fallen mal da endlich. Ach. Mann, mein Mann. Schwere Geburt. Oh ja, der ist gut. Und wer sind das? Münster. Ich kann nicht auch so Einzellauer sein, ist mir auch kein Problem. Neapel haben wir Beziehung verbessert. Sehr gut. Gut. Ist das auch mal wieder voll. Frankreich exkommunizieren. Sehr geil. Ja. Kannst du auch belagern? Kirchenstaat uns beleidigt die Schweine. Ah, Frankreich ist wieder Van Gord. Das trifft sich gut. Oh, ich sehe gerade Brabant. Frankreich. Das hat da auch noch eine Brabant. Komm. Verliert. Geht raus, Frankreich. Fort mit euch. Fort mit euch. Da halt brauchen wir nicht. Auch nicht. Nicht. Sowas mit Disziplin. Oldenburg haben wir gewonnen, sehr gut. Dann weiter nach Bremen. So wie schaut es denn hier aus? Sieht ja ganz gut aus eigentlich. Das Tisch für Dingens. Disziplin, sehr schön. Und mehr Steuerentnahmen. Hilfsaktion. Lass mal. Nicht so gut. Cortes kommt doch mal hoch. Ja, verzieht euch, komm. Wo ist die andere Mähda? Tschüss. Das sollten wir eigentlich schaffen, ne? Da kommen wir nicht ran, schade. Machen wir das halt so rum. Na komm. Dann halt so rum. Na, Rebellen, na ganz geil. Schaffen die das noch? Schoss. Aha. Geht doch. Was ist denn das? Die da. Oh. So. Stärkung. Stärkung. Und dann mal da runter. Sieg bei Münsterpause. Gernal. Plus 50. Stärkung erhalten. Der Linkenrieger hat uns bis an die Hauptstadt unserer Feinde geführt. Zu ihrer großen Schande waren die Herzen ihrer Nation siegreich. Oh. Wer ist denn jetzt der Anführer? Ach, das ist der Aras? Bin es der Anführer? Nö. Wo ziehen wir dich jetzt hin? Darüber. Nee, du haust ab. Dann musst du da rein. Nur so. Hast du Hilfe? Schon, ne? Oh, tschüss. Sehr schön. Wieder ein Sieg für uns davon getragen. So. Wer will denn nochmal? Da unten müssten auch noch. Die wollen doch nicht aufgeben dann, ne? Schon faszinierend. Ah, wer ist raus über den Niederorten? Dann hauen wir die gleich nach raus. Er ist raus Münster. Sehr schön. Die sind besetzt, die sind nicht besetzt. Doch, die sind besetzt. Da muss ich mal hier runter. Nützt ja nichts. Wer ist jetzt raus? Mein... äh, Memmingen. Wer ist jetzt raus? Ich bin wieder eingeboren, ne? Geld an das Haus. Aha, sehr schön. Irgendeine Schlacht haben wir gewonnen. Ach, da unten. Können wir hier auch eine kleine führen? Nein, lieber nicht. Konzentrieren wir uns lieber auf Europa. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Ländereien befreuen. Mit hier bin ich nichts. Oh, hallo Friesland. Oben sind die Halmen, sehr gut. Können wir da mal konvertieren. Sehr schön. Können wir da mal endlich weiter die Kampervents machen können. Ist schon wichtig. Na, Proband haben wir auch. Pause. So, so, so. So. So, wie können wir den jetzt noch hin? Da hoch sollten wir vielleicht... Aachen ist auch noch dabei. Dann gehen wir doch mal schnell besetzen. Hervorragend die Vize-Könige, das finde ich schön. Er ist raus. Theodoro. Glauben wir haben ein paar Band draus. Sklavenhandel, sehr schön. Bist du da? Am 15. Oh. Du musst im Weg gehen, na gut. Okay. So, du gehst mal... nach Frankfurt. Oh, hallo. Nein. Wo gehst du da hin? Hab dich. Oh, kommen wir da schnell hin? Ne. Shit. Oh, Dänemark geht's auch nicht gut. Das finde ich wiederum gut. Okay. Stopp. Wo gehst du hin? Oh, ja. Okay. Okay. hallo nicht erwischt schade oh siena kommt jetzt auch aus bremen ist da unten na toll wie sie mich alle belagern ja ja sehr schön brabant haben wir weg 30 wo ist frankreich raus nee ich dachte schon kann man darunter die haben schon gewaltmarsch ich noch nicht erwischt mir hier irgendjemanden ja hier geht es sonst wohin was mit euch da hinten ich kriege ich euch klein müsste eigentlich ich habe kaum noch rekruten das sehe ich gerade das müssen wir mal ändern so wie viel zeit hier sollte kann sein oder kommt nacheinander an das ist auf sie die machen wir doch platt ich will immer noch einnehmen die haben jetzt böse zurückgeschlagen wie schaut es nicht unten aus da kommen sie auch nicht vorwärts genau gucken wir mal eine Ahring rauskriegen abgehauen so ein Provence ist frei oder hat sich was geholt geil auch nicht schlecht ah das ist unten gefällt mir nicht kriegt man da einen schnell runter äh nein sieht wohl nicht so aus das ist ungünstig so mal da wischen das unterstützen ich glaube wir springen uns mal hier durch schnell da können wir nicht oh wer ist denn da frei Katholisch war na egal na gut die brauchen wir nicht globale Hande wir waren das jetzt Beijing na geil ich spinne mal ich könnte noch schnell eine Armee ausheben glaube ich 20er so speichern können wir uns hier mal schnell was sammeln kommen wir noch von der anderen Seite ist mir aber Dänemark ist kontrollierter kuriert ist nicht schön dort ist nicht schön jufolische ne das ist auch ungünstig könnten wir jetzt mal bitte hier siegen wir sind raus Augsburg aha kommen wir doch schnell hin oder machen wir das nämlich so rum oh die könnt ihr tatsächlich nicht knacken schau mal dass wir da schnell rein laufen können er ist raus brabant endlich entwerpen an Spanien oh brabant und Spanien sehr geil haha überdehnung ach du große Neune das ist auch nicht gut so viel überdehnung scheits dingens ey Na, was ist denn, ey? Na, geil. Sehr schön. Das da oben gefällt mir nicht. Provence hat seine Kollektion angeschlossen, das ist auch nicht schön. Nur weil die mir das Zeug gegeben haben, oder was? Na, geil. Das ist nicht schön. Wie schaut es denn hier aus? Ah, die befreien schon wieder alles. Aha. Fisch verschwindet. Klebe auch. Na toll. Plünderer von Aachen. Ich nehme lieber das so. Geht weg. Was ist denn das? Aachen ist raus. Hä? Die ganzen Kollektionen rein, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Können wir nicht von da. Hä? Da kann man sich mal anschließen. Wieso geht das da nicht schon jetzt? Ach so. Ach, scheiße. Das ist natürlich ungünstig. Überall kommen jetzt die scheiß Rebellen. Dann besitzen wir mal da oben die. Aller, die nicht im Krieg sind, ne? Befürchte ich. Münster. Da haben wir Waffenstillstand. Klebe. Hm. Dänemark. Augsburg. Memmingen. So, Oldenburg ist auch raus. Sehr schön. Das geht mal gleich mal Holland. Hm. So. Das ist Niederlage. Was sind die anderen Truppen? Da. Und da. Ah, jetzt geht's überall Revolen. Das ist kacke. So, langsam müssen wir mal Frieden machen hier. Es wird Zeit. So, wo hat in Mailand seine Hauptstadt? Da. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die Hauptstadt, wenn das sonst keiner macht. Ah, es gibt Bürger, oder? Ne, Ackerland. Okay, das passt. Truppen desertieren. Na, geil. Oh. Ganz toll. Breite der Opposition, das gefällt mir aber nicht. Malone, Schinau, wer ist denn das? Frankreich, oder? Ja. Ich hoffe, Frankreich fliegt jetzt bald mal aus. Werden ist weg. Werden ist weg. Ach, du belagerst das schon? Das ist gut. Ja, dann gehe ich da hin. Frankreich würde ich schon gerne rauskriegen, ne? Ja, bei der Kriegssteuern. Ah, naja, gut. Mann, Mailand, mach Frieden. Scherzen aus. Eher miesig. Nachkinein. Nachkinein. Gib. Das war's.